Hey Leute, hier bin ich jetzt wieder für euch die Zwillingsroger. Also die Zwillingsroger sind Kuvas, Sekundär, Schrotflinten mit einem extremst kleinen Magazin und einem hohen Base Damage. Wir haben eine 15%ige Statuschance, 10% Critchance, 2 Fahnenmultiplikator, 240 Einschlagschaden, 300 Durchschlagschaden und 60 Schnitzschaden. Wenn wir das Ganze modden, könnte das Ganze so aussehen, zum Beispiel Hornissenstich, Laufstreuung und Tödlicher Schwall, Pistolenpistilenz, Pathogenprojektile Ruck, Zuckung für maximalen Korrosionsschaden. Und dann als letztes könnte man zum Beispiel überlegen, einen Riven reinzumachen, wegen einer Dreierdisposition. Man könnte Augur Pact reinmachen oder man könnte auch zum Beispiel Prime Flammenladung reinmachen. Es ist wirklich, wirklich schwierig, sich zu entscheiden, ob Augur Pact oder Prime Flammenladung. Weil haben wir Prime Flammenladung drin, bekommen wir 8870 Feuerschaden dazu, also sagen wir mal 9000 Damage. Machen wir jetzt Augur Pact rein, verlieren wir diese 9000 Damage, aber bekommen über 4500 Korrosionsschaden dazu. Also wirklich schwierig. Wenn wir jetzt nur gegen Trinia spielen, dann ist Augur Pact besser als Prime Flammenladung. Spielen wir jetzt gegen mehrere verschiedene Gegnern, dann ist Prime Flammenladung besser als Augur Pact. Also es ist wirklich schwierig, sich zu entscheiden, aber ich gehe jetzt erstmal mit Augur Pact. Aber wie gesagt, Prime Flammenladung macht zu viel Damage, also das ist ein Wert, den sollten wir nicht unterschätzen. Generell die Waffe hier ist ordentlich stark. Gegner Level 150 und los geht's. . Was ist das? Also ihr seht schon, selbst mit dem Korrosionsbild, der Damage, den wir drücken, der ist so massiv, dass wir sogar Korrosionsdamage in Stücke hauen. Also nicht die stärkste Waffe, aber auf jeden Fall eine gute Waffe. Gut. Ja, also ganz im Ernst, mehr gibt es hier nicht zu zeigen. Ich denke, jeder Aspekt wurde abgedeckt, jede Fraktion. Also die Waffen sind schon allgemein sehr gut. Elementarmäßig kann man das halt eben immer so anpassen, wie man es gerade braucht. Und alles in allem, verkehrt sind sie nicht. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis bald.